Er ist der wohl süßeste Dieb ganz Englands, aber von vorne. Dieser Fuchs beobachtet einen Tierratter dabei, wie er sein Handy platziert, um eine Rettungsaktion eines anderen Fuchses zu filmen. Doch dazu kommt es nicht. Der gesunde Fuchs schnappt sich nämlich kurzerhand das Smartphone und rennt davon. Nach ein paar Metern lässt er seine Beute wieder fallen, checkt die Lage, beschnuppert dann das Handy und versteht irgendwann, dass es sich um nichts Essbares handelt. Er lässt das Smartphone dann einfach liegen. Was bleibt, sind wirklich süße Aufnahmen eines Fuchses. Das andere Tier konnte danach übrigens noch verarztet werden.